vielen dank janin steger herzlich willkommen auch von meiner seite schön dass ich hier sein kann und ein glückwunsch an die veranstalter für ihren sinn für humor es heißt ja forum altbau und in diesem europa viertel das ist ja eine art eine art stalingrad des bauens im bestand würde ich sagen ich weiß nicht wie sie ich weiß nicht wie sie hier reingekommen sind und das ist auch nicht nur eine humoristische nebenbemerkung ist es auch aber wir müssen ja nur die augen aufmachen um zu sehen wo wir sind und in was für komischen zuständen wir leben und dass es da einiges zu tun gibt für sie die frage wie klimakommunikation uns im bauen weiterführt ist echt eine schwere ich habe mich schwer getan in der vorbereitung dieses vortrags denn das bauen das ist klar gehört zu den treibern der planetaren krise über die herr engelhardt gesprochen hat aber es ist ja auch sehr einbetoniert das ist ein träges system das wissen sie es ist unendlich komplex und ob man da somit ein paar fluffigen kommunikativen impulsen etwas ausrichten kann das erscheint erst mal nicht so intuitiv das gehört auch zum bestand das ist bei mir zu hause das ist ein blick in meinen schuppen das sind noch nutzbare chemikalien irgendwann werden das altchemikalien und dann stellt sich die frage wohin damit und in der zeitschrift popular science im januar 63 konnte man lesen disposing of used engine oil and other chemicals can be a problem solution dig a hole in the ground pour in the oil it will be absorbed into the ground before your next change and then cover the spot with soil das war also 1963 vor 60 jahren in einer wissenschaftszeitschrift zu lesen und sie lachen weil wir das heute absurd finden wir können also sehen beim umgang mit altölen und mit schadstoffen haben wir etwas geschafft wir haben einen wertewandel geschafft das ist toll wir haben was dazu gelernt wir würden heute nicht mehr unsere alten chemikalien im stadtpark oder im wald entsorgen das gibt es natürlich auch noch aber die soziale norm und auch natürlich die rechtliche norm die sind an der stelle ganz klar wir alle wissen dass das tut man nicht und ich glaube dieses das tut man nicht das kann uns vielleicht auch helfen im umgang mit den planetaren grenzen von den herr engelhardt schon gesprochen hat er hat auch von den planetaren biogeo chemikalischen physikalischen kipp punkten gesprochen ich glaube wir müssen auch über die sozialen kipp punkte sprechen und da sind wir bei der kommunikation wenn sie haus googeln oder ein familienhaus dann finden sie tausende solcher bilder solche kinder zeichnung oft kommt da noch qualm aus dem schornstein und das ist unser bild vom bauen wir fangen mit drei oder vier jahren an uns mit diesen bildern zu beschäftigen da scheint die sonne das fühlt sich richtig an und dann kommt ein gebäude energie gesetzt und sagt das ist alles falsch deswegen haben wir auch solche debatten wie wir sie im letzten jahr hatten und die frage ist jetzt wie übersetzt sich dieser kulturelle dieser bewusstseinswandel den wir brauchen in das bauen ich will noch mal zurückschauen im jahr 1970 ist dieser asterix titel erschienen die trabanten stadt das war auch eine reaktion auf den bau der banlieues in frankreich oder der neuen fahr süd oder des märkischen viertels die probleme die es da gab und 2023 fordert der bundeskanzler wir brauchen neue stadtteile wie in den 70er jahren und das dieser mich ein wenig erschütternde forderung führt dazu dann noch mal auf die indikatoren zu schauen wie sich das bauen auswirkt auf unsere umwelt und das klima und wir können sehen dass beim flächenverbrauch beim ressourceneinsatz beim baustoff recycling bei der wohnfläche die wir alle pro kopf in anspruch nehmen oder der sanierungsquote keiner dieser indikatoren ist wirklich so dass wir sagen können ja das ist prima und das geht total in die richtige richtung sie sehen unten in der grafik die wohnfläche pro kopf steigt und steigt und steigt so produzieren wir eben auch eine wohnungsnot und die landkarte von deutschland zeigt die flächenversiedlung und wir sehen in den meisten kommunen das ist eine karte vom bbsr dass wir einen starken negativ planerischen einfluss auf die den flächenverbrauch haben also das ist die bestandsaufnahme die sieht nicht gut aus diesen bewusstseinswandel beim bauen scheint er besonders schwierig zu sein und die frage ist wie können wir umsteuern ich möchte ihnen fünf vorschläge heute vorstellen der erste vorschlag und der macht mir ehrlich gesagt besonders spaß bei einem publikum wo ich vermute es sind viele ingenieure und ingenieurinnen haben sie mut zur metapher stellen sie sich vor deutschland wäre eine insel das hier ist die insel pelvorm in der nordsee und die ist eine total gute metapher weil pelvorm nämlich ziemlich genau 10.000 mal kleiner ist als ganz deutschland also ein ziemlich gutes modell und ich sage ihnen auch warum passt nämlich sehr gut um die dramatik des flächenverbrauchs der bodenversiegelung mal ein gefühl dafür zu bekommen also in deutschland haben wir einen flächenverbrauch von 55 hektar am tag und das wäre für pelvorm 55 quadratmeter das entspricht einer zusätzlich versiegelten fläche von fünf autostellplätzen pro tag in pelvorm und im laufe eines jahres würde also pelvorm zusätzlich betonieren 1825 autostellplätze und ich könnte mir vorstellen dass die menschen in pelvorm das nicht mitmachen würden ja die würden sagen wenn wir so weitermachen ist unsere insel irgendwann weg ja das ist dramatisch da machen wir nicht mit und genauso und dramatisch verläuft das aber im zehntausendfach vergrößerten maßstab es gibt keinen aufstand sondern wir machen einfach so weiter und versiegeln pro jahr ich habe noch mal nachgerechnet mir kam die zahl unglaublich vor eine fläche auf der wir 18 millionen 250.000 autos unterbringen könnten pro jahr in deutschland und für pelvorm würde das heißen wenn die das also zehn jahre so machen dann hätten sie da eine fläche die etwa der größe des parkplatzes der west and mountain mall in kanada entsprechen würde und das ist der größte parkplatz der welt und das würde dann etwa so aussehen der zweite vorschlag arbeiten wir mit der kraft sich wandelnder sozialer norm das habe ich schon ein bisschen an moderiert ich will das ein bisschen ausführen wir haben ja sehr erhitzte polarisierte debatten auch über das bauen hier gegenüber ist schwäbisch hall die haben auf ihrer website interessanterweise auch mit einem schreibfehler das thema ein familienhaus verbot also das geht natürlich gegen ihr geschäft oder der sehen sie sich bedroht und wir haben genauso aufgeregte debatten über einen anderen treiber des klimawandels und der naturzerstörung den fleischverzehr beziehungsweise die art der landwirtschaft die wir haben und ja sind das nur aufreger themen oder können wir da vielleicht auch sehen dass sich soziale normen also verhalten was wir einmal betreiben was also einfach passiert oder auch normen in dem sinne dass wir das gut oder schlecht finden beobachten wir da eigentlich ein wandel und ich weiß gar nicht warum sie da lachen der herr söder ist nämlich durchaus ein kluger mann und er kann auch klug kommunizieren und das hat er hier in diesem ausschnitt den ich mitgebracht habe unter beweis gestellt dass es aus einem interview mit der zeit da hat er gesagt es geht um das thema fleisch essen also staatlich gelegte festgelegte preise sind immer der marktwirtschaftlich falsche weg das ist erstmal das was man von ihm erwartet als csu politiker dass er also dagegen staatliche regulierung ist aber dann hat er was interessantes gesagt gerade bei den jüngeren wird der fleischkonsum zurückgehen weil sich viele bewusster ernähren ich kenne wenige jugendliche die sich über eine schlachtplatte wirklich freuen würden würden und da lacht er der markus söder und jetzt schauen wir uns mal an was er hier macht also erstmal nimmt er bezug auf staatliche regulierung und das könnte man auch als eine preskriptive norm bezeichnen ja also ein preissignal was uns signalisiert du sollst weniger fleisch essen weil weniger fleisch essen ist gut fürs tierwohl für den klimaschutz das wird abgelehnt von markus söder das ist nicht so überraschend aber der witz kommt im zweiten teil markus söder beschreibt nämlich tatsächlich beobachtet des soziales verhalten das nennt man in der sozialpsychologie deskriptive normen also er beschreibt einfach das was passiert und er sagt jetzt die jugendlichen essen heute weniger fleisch und das sehen wir auch in den zahlen der fleischkonsum geht erfreulich und deutlich spürbar in deutschland und ein paar anderen ländern zurück und hier kommuniziert er mit der macht des sozialen wandels dem sich auch jemand der das eigentlich auf der ebene der politischen steuerung ablehnt dem kann er sich auch nicht entziehen also hier ist ein ganz interessanter effekt am werk und es ist klug mit diesen sich wandelnden sozialen normen zu argumentieren weil wir gerne uns so verhalten wie die menschen um uns herum weil wir nämlich soziale wesen sind der dritte vorschlag hat mit den sich wandelnden normen etwas zu tun er lautet rücken wir die gesellschaftliche unterstützung für klimaschutz ins zentrum jetzt werden sie sich vielleicht sagen welche unterstützung wir haben rekord umfrage daten für die afd und klimaschutz parteien haben es im moment nicht so leicht wo ist denn diese gesellschaftliche unterstützung erst einmal was ist denn unser bild von uns selbst hier eine befragung der europäischen investitionsbank da wurde gefragt are you doing all you can to fight climate change in your daily lives also menschen wurden gefragt macht ihr das was ihr in eurem leben tun könnt gegen den klimawandel und da sagen in deutschland 74 prozent der menschen ja ich mache das was ich tun kann gegen den klimawandel da schauen sie mich jetzt etwas skeptisch an teilweise oder sie lachen weil sie finden die leute machen das doch gar nicht aber darum geht es nur bedingt das ist natürlich auch wichtig aber was ist denn das bild dass die menschen von sich selbst haben oder haben wollen was aus dieser zahl spricht das bild was wir von uns selbst haben wollen ist wir tun etwas gegen den klimawandel für den umweltschutz und das ist wichtig dass die leute das positiv wollen sonst können sie sich ja nicht dazu bewegen zu handeln ja diese bereitschaft die muss erst mal da sein und sie werden einwenden sie sagen was sozial gewünscht ist und ich sage genau es ist sozial gewünscht das wollen wir dass die leute sagen und das haben die leute erkannt und das ist gut so und wie ist dann unser bild von den anderen und da sagen wir über die anderen menschen in deutschland nur 41 prozent wenn ich mir die so anschaue dann sind doch nur 41 prozent wirklich bereit alles was sie tun können zu tun und jetzt haben wir das problem dass wenn wir diese beiden zahlen nebeneinander liegen was wir von uns selbst denken und was wir über die bereitschaft der anderen denken das kann ja eigentlich nicht gleichzeitig zutreffen das müsste eigentlich annähernd gleich sein ja wenn wir nämlich korrekt einschätzen könnten wozu unsere mitmenschen bereit sind und diese lücke in der wahrnehmung würde ich als perception gap bezeichnen in der sozialpsychologie trägt das den titel der pluralistischen ignoranz und das ist die systematisch verzerrte wahrnehmung sozialer normen das heißt wir können als einzelpersonen nicht richtig gut und zutreffend einschätzen wie die gesellschaft tickt das heißt im ergebnis wir unterstellen anderen zu unrecht zu unrecht dass sie weniger bereit sind zu klimaschützendem also normgerichtem verhalten als wir selbst und das ist nachteilig für den klimaschutz weil das dämpft natürlich die eigene handlungsbereitschaft wenn wir denken ich würde ja gerne aber ich will ja nicht der dumme sein und als einziger was tun dabei stimmt es ja gar nicht dass ich der einzige bin die anderen würden ja auch wollen aber die denken ja auch dass ich nicht bereit bin das heißt wir sind hier in einer art dilemma situation und ich glaube dass das auch politisch am werk ist dass politikerinnen und politiker zu unrecht den menschen unterstellen unterstellen eigentlich nicht bereit zu sein eigentlich immer nur aufs geld zu schauen oder eigentlich gierig oder bequem zu sein und dieses misstrauen das kommunizieren sie auch und das kommt zurück und führt dazu dass wir nicht politisch gesellschaftlich ins handeln kommen deswegen rücken sie die gesellschaftliche unterstützung für klimaschutz ins zentrum und schauen wir einfach mal auf die empirie noch mal die europäische investitionsbank die hat gefragt sind sie bereit schärfere maßnahmen der regierung zu unterstützen um menschen dazu zu bringen sich klimafreundlicher zu verhalten und da sagen 70 prozent der menschen in europa ja in deutschland 63 dann haben wir eine sehr interessante studie die pace sehr gut gemacht universität erfurt die hat frische daten die sind erst ein paar wochen alt ich hoffe sie können das lesen da sind alle möglichen klimaschutzmaßnahmen abgefragt und die bereitschaft das zu unterstützen für den baubereich zum beispiel die forderung erneuerbare energien sollten immer günstiger sein als fossile oder bis 36 sollten alle gebäude energetisch klimaneutral saniert sein wir sehen alle maßnahmen wirklich alle die da abgefragt werden haben eine gesellschaftliche mehrheit hinter sich es gibt eine einzige maßnahme die finden sie ganz unten das ist ein sunset datum also ein sonnenuntergangsdatum für die zulassung von verbrennerautos schon ab 2030 da sagt eine knappe mehrheit 51 prozent nieder bin ich nicht dafür und bei allen anderen sind die deutschen dafür und zum beispiel auch ein verbot des einbaus von ölheizungen ab 2026 wichtig ist aber dass die zustimmung zu klimaschutz nicht als blankoscheck verstanden werden darf und das war vielleicht auch ein fehler beim geg die leute haben nämlich vielmehr klare erwartungen an das wie der umsetzung und ich will da nicht alles referieren aber die menschen sagen zum beispiel dass alle ihr verhalten ändern müssen also eine co2 bepreisung wird deswegen auch mit einer gewissen ambivalenz betrachtet weil leute sich denken dann können ja die wohlhabenden sich trotzdem co2 leisten und sich heraus kaufen also wenn man gesetze macht dann sollte man sie auch so machen dass sie den gerechtigkeitsvorstellungen den vorstellungen davon was menschen fair und angemessen finden das system auch entspricht und das muss man natürlich dann auch erklären und vielleicht auch damit anfangen und nicht ganz am ende damit rauskommen wie beim gebäudeenergiegesetz ich kenne mich ja nicht aus mit der hoi aber ich habe mal gehört es gibt beim bauen so verschiedene leistungsphasen mit denen sie arbeiten und mein vierter vorschlag wäre machen wir strategische kommunikation zur leistungsphase null also ganz am anfang und jetzt zeige ich ihnen noch mal eine komplizierte grafik das ist vom sachverständigen rat für umwelt fragen und sie sehen da ganz oben ein kästchen da steht verhalten und die frage die diese infografik auf den punkt zu bringen versucht ist was muss ich eigentlich tun damit ich verhalten habe was umweltfreundlich oder klimafreundlich ist also das soll oben rauskommen und unten drunter in den kästchen sehen sie alle die input faktoren und da haben sie wahnsinnig viele faktoren sie haben einmal routinen ja die sie durchbrechen oder verändern müssen sie haben verhaltens intentionen also die bereitschaft das bewusstsein der leute ich bin gefragt sie haben einstellungen soziale normen davon haben sie gesprochen haben wir gesprochen punkt 5 wahrgenommene eigene ressourcen das ist die berühmte selbstwirksamkeit kann ich denn alleine oder mit anderen ein unterschied machen kann ich etwas bewirken also es ist wahnsinnig komplex ich greife noch einen punkt heraus das ist 15 das steht ganz unten merkmale des kontextes da sind vor allem sie zu hause da geht es nämlich unter anderem um die gebaute infrastruktur und alle diese faktoren spielen eine rolle und müssen adressiert werden damit oben dann verhalten herauskommt und sie können alle diese punkte kommunikativ bedienen sie müssen halt nur wissen wie wie ticken menschen wie fühlen menschen und wie führt ein gefühl wie ohnmacht oder wut dann zum klimafreundlichen handeln oder werte von menschen das ist auch ein faktor nämlich der faktor zwölf wie muss ich denn diese werte ansprechen ja sind alle werte gut für klimaschutz wer vertritt diese werte wer vertritt bestimmte werte die einzelnen personen wichtig sind vielleicht nicht also die grünen die klimaschutz vertreten vertreten ja jetzt vielleicht nicht unbedingt hedonistische werte wie ganz viel geile erlebnisse tolle urlaubsreisen sondern die sind ja eher so frugal unterwegs und das mögen vielleicht manche leute nicht und sind deswegen nicht für klimaschutz also wer kommunikativ menschen ins handeln bringen will muss wissen was er hier tut und unser problem ist klimakommunikation setzt traditionell eigentlich an genau einer stelle an nämlich bei der vermittlung von wissen das ist auch prima das brauchen wir auch deswegen heißen wir auch klimafakten aber wissen alleine bringt menschen noch nicht ins handeln so und jetzt schauen wir mal auf vier jahrzehnte energiespar kommunikation und was ich jetzt sage nehmen sie bitte nicht als kritik an ihrer arbeit die ich total wichtig und wertvoll finde sondern als einen systemischen blick auf das was wir hier gemacht haben also wir hatten 1980 den beginn dieser wunderbaren kampagne ich bin energiesparer und wir haben im jahr 2021 als ergebnis gehabt 75 prozent der in deutschland neu installierten heizungen waren fossilen da kann was nicht stimmen also entweder haben wir die beratung viel zu wenig gemacht oder sie hat nicht gewirkt oder sie hat in einem umfeld wurde sie versucht wo sie gar nicht wirken konnte weil wir nämlich widersprüchliche botschaften kommuniziert haben einmal vielleicht macht klimaschutz aber unsere subventionen haben eine andere sprache gesprochen was ich sagen will wir sollten nicht irgendetwas machen sondern wir brauchen diesen systemischen blick auf kommunikation und erst dann wenn wir wissen an welchen stellschrauben wir ansetzen dann können und sollten wir anfangen mit der energieberatung oder der klimakommunikation und wir haben auch keine strukturen dafür wir haben beim thema gesundheitsverhalten ein riesen erfolg damit gehabt mit der aids prävention da haben wir den staat dafür bezahlt dass er uns nicht in den heitungskeller sondern sogar unter die bettige gegangen ist und uns beigebracht haben hat wie safer sex funktioniert und das hat funktioniert weil es psychologisch fundiert war und kommunikativ methodisch wissenschaftlich basiert ich glaube genau diese art von strukturen die brauchen wir auch in der kommunikation und mein fünfter vorschlag knüpft auch eigentlich wunderbar an an das was er engelhardt sagte sprechen wir nicht über das weniger sondern über die null nicht das weniger sondern die null gehört ins zentrum beim flächenverbrauch beim energieverbrauch bei den co2 emissionen wenn sie sich die politischen ziele anschauen und auch die politische kommunikation überall steht ja die reduktion im vordergrund ja das ist das was unsere tollen klimaschutz ziele sind wir wollen bis dann und dann weniger von dem und dem das lädt aber meines erachtens ein zu einem denkfehler dem denkfehler nämlich dass die gesteigerte effizienz die sinkenden emissionen der rückgang bei der absoluten zahl der neu versiegelten fläche bereits ein erfolg ist prozesshaft ist das natürlich auch der einzige weg natürlich führt das weniger dann vielleicht zu einer null aber wir müssen eben die null ins zentrum unserer kommunikation und zunächst einmal unseres denkens stellen und ich glaube auch dass wir diese grenzen uns organisieren müssen als harte grenzen beim co2 funktioniert das mit dem mit der harten grenze mit dem cap und ich glaube dieses modell das sollten wir auch auf andere felder wo wir nicht vorankommen übertragen zum beispiel beim rohstoff und ressourceneinsatz oder beim flächenverbrauch ja jetzt habe ich vorhin gedacht mist ich kann nichts mehr ändern an diesen bildern das hier ist ein bild von haiti eigentlich wollte ich nicht negativ enden das ist jetzt hier nicht sehr erfreulich stellen wir uns vor die welt wäre eine insel so sieht haiti aus ein ort an dem man eigentlich nicht mehr leben kann interessanterweise auf satelliten bildern haiti teilt sich ja die insel mit der dominikanischen republik und sie sehen aus dem weltall da ist haiti diese katastrophen insel vom ökologischen raubbau und genau entlang der grenze ist ein grüner streifen stellen sie sich diesen grünen streifen hier bitte auch auf diesem bild vor und mit diesem wir können das wenn wir es richtig machen möchte ich gerne sie hier aus meinem vortrag verabschieden vielen dank für ihre aufmerksamkeit danke sehr vielen Dank